Freien verdienen immer noch 21 Prozent weniger als Männer. Mach damit Schluss mit der Sexismuskasse. Vereinbare einen Deal mit deinen männlichen Kollegen. Für jeden sexistischen Kommentar gibt es einen Euro. Sag mal, meine Mail hast du gekriegt, oder? Oh, ist mir total durch die Lappen gegangen. Und? War's geil? Du wirst sehen, nach der ersten Woche hast du die 21 Prozent wieder drin. Du kannst dich einfach null in Frauen hineinversetzen. Nur bis zu 30 Zentimetern schon, ne? Nimm Männer mithilfe ihrer eigenen Reflexe aus. Ist sowas von fest hier drin, das kriegt keiner raus. That's what she said. Weißt du, was mir so gar nicht reingeht? Afterwork-Veranstaltungen. Tut mir nur so der Arsch weh, ne? Lass die Männer gegeneinander antreten, denn jeder Mann will einmal im Leben ein Gewinner sein. Übernimm die Kontrolle, denn Männer sind schwach. Christian? Mhm? Weißt du, wo ich heute war? In einer Einführungsveranstaltung. Oh, wie der Scheiß, ich hab keine Kohle mehr. Sehr schwach. Christian? Willst du mal meine Hupen halten? Hm? Hm? That's what she said. Ah! Verdiene 200 Prozent mehr als deine männlichen Kollegen. Mit der Sexismuskasse. bey Magister. Obst du mal meine Hupen halten? Genau! Jude Musik.